Hallo Welt, da sind wir wieder, im Kloster zu Sasau. Und ich glaube, wir haben jetzt alle Zeugen befragt und einige auf unserer Seite. Ich weiß nicht, ob wir die Schmiedin nicht besser ausschalten sollen, ebenso wie den Pfarrer und vielleicht sogar den Vogt. Den Vogt, ja, der ist relativ neutral, der kann ja nicht sehr viel sagen. Unsere Aufgabe, die Madonna von Sasau. Ja, haben wir denn alles hier uns angeguckt? Ich versuchte einmalmals, Johanka zur Vernunft zu bringen und gab ihr Matthias Glückswürfel. Ich weiß nicht, ob es etwas bewirkt hat, aber mehr konnte ich ohnehin nicht für sie tun. Bischof Jaroslav will bis zum Prozessbeginn nicht länger als drei Tage warten. Daher darf ich keine Zeit verlieren. Sobald ich meine Vorbereitungen für Johankas Verteidigung getroffen habe, soll ich ihm Bescheid sagen, damit der Prozess beginnen kann. Ja, sagt dem Inquisitor Bescheid, sobald du bereit für den Prozess bist und ich denke, wir haben alles erledigt soweit, was wir erledigen konnten. Wir haben mit allen gesprochen, wie gesagt, bei den dreien bin ich mir nicht ganz sicher. Der Kustos ist sogar auch informiert. Was mich ein bisschen wundert, Matthias ist wieder auf dem Weg der Besserung, ist schon wieder ansprechbar teilweise. Und ja, wir haben Johanna überzeugt, dass sie nicht zu frech sein soll. Da sitzt doch jemand am längeren Hebel. Ja, ich wüsste jetzt nicht, was dagegen spricht, dass wir die ganze Sache jetzt mal anstupsen. Wir könnten den Inquisitor, könnten wir auch noch abrufen. Ja, was gibt's denn, Kloster Meier? Ja, ich hoffe, wir haben alles richtig gemacht. Ob es richtig ist oder nicht, verrät uns gleich Inquisitor Jaroslav. Ich will mich für Johanka duellieren, das geht. Ist dieses Vorgehen denn wirklich notwendig? Aber die heilige Jungfrau ist Johanka erschienen. Ich weiß nicht, ob wir es jetzt nur verschlimmern können, was da bevorsteht. Oder es kann ja auch sein, dass egal, was wir machen, dass es einfach nur, dass sie auf dem Scheiterhaufen endet. Kann ja auch sein, dass man sich drehen und wenden kann, wie man will. Sie soll einfach auf dem Scheiterhaufen enden. Ja, sowas andeutungsweise haben wir ja so etwas in dem Kodex gelesen. Andeutungsweise. Ich würde es sehr fies finden. Ich würde es auch, ja, dann irgendwie unsinnig finden, uns hier rumrennen zu lassen und alles Mögliche versuchen zu lassen. Also ich habe schon die Hoffnung, dass wir sie retten können irgendwie. Den Prozess beginnen. Also es gab verdächtige Vorkommnisse. Aber welche denn? Monsignore, es gab gewisse Vorkommnisse in der Provinz, die dich interessieren könnten. Sehr gut, mein Sohn. Ein guter Christ verheimlicht solcherlei Dinge nicht. Bitte, sprich. Pater Gudwin ist etwas eigenartig. Nö, Pater Simon wurde Einsiedler. Ja, aber was hat denn das bitte damit zu tun? In Uschitze versteckten sich Waldenser. Ja, das wird er wohl wissen, oder? Frauen in Uschitze besorgten sich Hexensalbe. Nun, wir auch. Und wir haben sie auch öfter genutzt. Auf der Klosterbaustelle wurde ein Dämonenschädel gefunden. Ja, das war noch nicht ganz geklärt, oder? So halbwegs. Wir haben den Stein irgendwie immer noch. Und im Kloster tragen sich interessante Dinge zu. Warum sollen wir jetzt Gott und die Welt anschwärzen? Was hat denn das jetzt mit der Geschichte hier zu tun? Pater Gudwin ist etwas eigenartig. Ja, wir haben uns tierisch eingesoffen und sind dann auf Schafen geritten, oder was war das? Irgendwie, ja, ganz so dramatisch jetzt natürlich nicht. Pater Simon wurde Einsiedler. Ich verstehe nicht, was das jetzt alles hier mit der Geschichte zu tun hat. Und ich wüsste jetzt auch nicht, was wir... Okay, über die Valdenser würde ich natürlich wissen, ob die es geschafft haben zu fliehen. Vielleicht weiß er da irgendetwas. Aber dann wäre das auch nur so eine versteckte Informationsranholung. Ich versuch's mal einfach. Wir haben ja gespeichert vorher. In U-Schütze versteckten sich Valdenser. Ach ja? Und wie hast du davon erfahren? Herr Hanusch schickte mich aus, um dem Vicar zu helfen, sie festzusetzen. Herr Hanusch, war daran gelegen, sie festzusetzen? Jawohl. Ja, ganz recht. Das freut mich zu hören. Denn nicht immer ziehen weltliche und geistliche Würdenträger an einem Strang. Und wie ging die Sache mit den Sektenmitgliedern aus? Sie flohen. Der Vicar versucht noch, sie aufzuspüren. Wie bedauerlich. Bleibt zu hoffen, dass der Vicar sie bald ergreifen wird. Interessant ist das Ganze ja schon. Und alles mal Revue passieren lassen ist ja auch interessant. Aber das müssen wir ja nicht hier unbedingt machen. Das können wir am Lagerfeuer irgendwo machen. Mit Johanka. Entschuldigung. Entschuldigung. Oder so. Also ich bin dafür, dass wir jetzt hier nicht Smalltalk noch mit ihm betreiben. Ich finde das jetzt irgendwie... Es passt einfach. Ich weiß nicht... Das wäre alles, Herr. Nun gut, Heinrich. Hab Dank. Ich hoffe inständig, dass du mir nichts vorenthältst. Ja, eine Menge, aber irgendwie... Ich bin jetzt verwirrt, weil normalerweise ist das ja nicht ohne Grund hier drin und wurde ja reingeschrieben und synchronisiert und alles. Ihr wisst schon, das muss ja irgendeinen Grund haben. Aber ich verstehe den Zusammenhang jetzt gerade nicht, warum wir Smalltalk jetzt mit ihm führen sollen, ihm alles erzählen, was hier in der Gegend passiert. Das meiste müsste er eigentlich sowieso selber schon wissen. Warum hast du Johanka eingesperrt? Das wäre noch für unsere Sachen interessant. Warum hast du Johanka eingesperrt? Ich sprach lange mit ihr über ihre Überzeugungen und über das, was sie gepredigt hatte. Ich gemahnte sie, nicht mehr öffentlich zu predigen. Und wies sie an, mich unverzüglich aufzusuchen, sollte sie wieder ihre sogenannten Visionen haben. Sie entschied sich jedoch, nicht auf mich zu hören und weiter zu predigen. Über solch einen Ungehorsam konnte ich natürlich nicht hinwegsehen. Ja, du bist ja ein richtiger Held. Und was ist denn so schlimm an Johankas Worten? Was ist denn so schlimm an dem, was Johanka predigte? Es ist einfach nicht hinnehmbar, dass ein ungebildetes Weib auf den Marktplatz stolziert und sich erdreistet, in aller Öffentlichkeit Gottes Willen nach Gutdünken auszulegen. Der Herrgott vermachte uns seine Lehren und zeigte uns, wie sie zu befolgen sind. Nur diese Lehren führen auf den Pfad der Erlösung und zur Barmherzigkeit Gottes. Und es ist nicht leicht, diese Lehren richtig auszulegen. Es erfordert mühseliges Lernen. Und dies obliegt der Heiligen Mutter Kirche. Was Johanka in ihren Predigten sagte, grenzt an Ketzerei. Sie muss ihr Fehlverhalten einsehen und darf solcherlei Dinge nie wieder sagen. Johanka hat Gott nicht zuwidergehandelt. Aber Johanka hat Gott nicht zuwidergehandelt. Im Gegenteil. Sie ist demütig und will Sündern zur Erlösung verhelfen. Das mag schon sein, aber sie hat gegen den Adel gewettert. Und das ist ein schweres Vergehen. Stell es dir so vor. Jeder Mensch muss einen Wald voller Gefahren durchqueren. Zahlreiche Wege führen durch den Wald, aber nur einer ist frei von Gefahr. Und nur du weißt, welcher Weg der richtige ist. Würdest du den Menschen den Weg weisen? Oder sie selbst wählen lassen, auf die Gefahr hin, dass sie sich verirren? Naja, ich würde sagen, das ist der ungefährliche Weg. Ich würde da ein Schild dran machen. Ungefährlicher Weg. Aber einige würden wahrscheinlich denken, so welche wie ich. Das ist eine Falle. Nein. Geht schon los. Ich würde ihnen den Weg weisen, aber sie selbst entscheiden lassen. Ich würde ihnen den Weg weisen, aber es ihnen überlassen, ob sie ihn gehen möchten. Viele würden sich dann verirren und sterben. Und du wärst schuld. Gar nicht wahr. Das kann die Kirche nicht zulassen, um Gottes Gnade und Barmherzigkeit willen. Denn es ist ihre Aufgabe, für das Seelenheil eines jeden einzelnen Menschen Sorge zu tragen. Es ist ihre heilige Pflicht, den Weg zur Erlösung zu ebnen. Naja, ich weiß nicht. Dann verkauf doch dein Kreuz. Es kauft Brot für den Erlös und dann gibt es den Bettlern in Skarlitz, wollte ich sagen. In Ratai sind die Skarlitzer Bettler. Gib denen das doch. Dann können sie sich ein neues Haus kaufen. Wahrscheinlich. Wir sollten uns übrigens, wollte ich gerade noch gesagt haben, da hat er nur so viel geredet. Mehr als ich sogar. Und ich wollte dann auch sagen, wir dürfen ihn nicht verärgern jetzt. Wir müssen ihn ja, ja wir dürfen nicht immer widersprechen und so. Wir müssen ja sagen so, du hast ja recht, großer Massa, oder? Ja, aber das, nee, ich, nee, ich mach das, wenn, vielleicht stirbt sie und dann stirbt sie. Wisst ihr? Dann laden wir nicht nochmal. Wo soll ich jetzt neu laden? Das ist ja super viel. Das ist ja super lange und viel und ihr macht es bestimmt sowieso besser. Johannke hat den Menschen den richtigen Weg aufgezeigt. Aber wer sagt, dass die Kirche den rechten Weg kennt? Ja, das frage ich mich auch. Ja, die halten sich doch sowieso für was Besseres. Wir haben doch mit den Mönchen gesprochen. Wir sollten sagen, jetzt verstehe ich. Johannke hat aber den Menschen den richtigen Weg aufgezeigt. Ja gut, sie hat gegen den Adel. Ja, ja. Ja, ist ja auch, darf man doch heute. Heutzutage kein Problem. Ja, aber heutzutage guckt ja auch mal um da draußen. Läuft ja nichts mehr. Ist ja alles nur noch Chaos. Also das würde ich jetzt nicht bestätigen. Genau das hat Johannke doch getan. Sie hat den Menschen den Weg gewiesen. Und was macht dich so sicher, dass es der Richtige war? Die heilige Jungfrau ist dir schließlich erschienen. Die Jungfrau sagte es ihr. Dafür gibt es keinen Beweis. Und selbst wenn Johannke Visionen hatte, war es falsch, sie so auszulegen, wie es ihr passt. Und dann auch noch zu predigen. Ja, das mit dem Predigen. Ich höre das schon raus. Das nervt ihn mehr. Der hat gar nicht so eine schwarze Kutte. Sie ist ja nicht mal ein Mann. Und dann auch so einen schönen, tollen, roten Hut hat sie auch nicht, wie er da. Und dann stellt sie sich da hin und predigt. Und ich musste mein Leben lang in irgendwelchen Kloster verbringen, bei dunklem Licht lesen. Meine Augen sind kaputt, mein Rücken auch. Und graue Haare habe ich schon. Alle anderen sind ausgefallen, die bunten. Und jetzt kommt so eine Frau daher und geht da hin, überspringt das alles und darf einfach predigen. Nö, das sehe ich nicht an. Ja, ich kann verstehen, dass der Hand gefressen ist. Aber fair ist das natürlich nicht. Aber es ist das Mittelalter. Was war da schon fair? Also, aber die heilige Jungfrau wollte es doch. Hätte sie beim Fahrrad ruhen. Beides würde ich fragen hier gerne. Warum? Wenn die Jungfrau es doch wollte? Wie heißt es im Galaterbrief? Aber auch wenn wir selbst oder ein Engel euch eine andere Heilsbotschaft verkündigten als die, welche wir euch verkündigt haben. Fluch über ihn! Ja, aber das kenne ich doch nicht. Und sie schon gar nicht. Sie kann ja nicht mal lesen. Wir haben unserem Heinrich hier wenigstens lesen beigebracht. Worauf willst du hinaus? Galater? Vergib mir, Monsignore, ich verstehe nicht ganz. Schon gut. Es bedeutet, dass niemand die Heilige Schrift oder andere Kirchenlehren nach Gutdünken auslegen darf. Jeder würde etwas anderes denken und letztendlich etwas anderes glauben. Das würde die Welt nur ins Chaos stürzen. Und das darf nicht geschehen. Jeder, der das Wort Gottes anders auslegt, als es der Heilige Geist uns darbrachte, endet in Verdammnis. Hast du das begriffen? Ja, habe ich. Ausgezeichnet. Ja, was machen wir denn jetzt? Los, anstupsen das Ganze. Das ganze Geplänkel hier, das hat doch gar keinen Sinn. Ah, doch, wir fragen hier, ist dieses, ist das wirklich notwendig? Kann ich mich nicht duellieren? Ja, da wird da ja wohl kaum drauf eingehen. Das können wir uns sparen, das brauchen wir gar nicht zu fragen. Aber die Heilige Jungfrau ist doch Johanka erschienen. Aber die Heilige Jungfrau ist Johanka erschienen. Also spricht sie gewiss wahr. Dafür gibt es keinen Beweis. Und selbst wenn Johanka Visionen hatte, war es falsch, sie so auszulegen, wie es ihr passt. Und dann auch noch zu predigen. Er wiederholt sich, das hatten wir doch gerade. Hätte sie, ah, wir können das nochmal fragen. Hätte sie denn beim Pfarrerrat suchen sollen? Hätte sie mit dem Gemeindepfarrer darüber reden sollen? Ganz recht. Er hätte dann nach jemandem geschickt, der sich der Sache annehmen kann. Nach mir zum Beispiel. Kurz gesagt, es steht ihr nicht zu, derlei Dinge selbst auszulegen. Wenn die Leute ihr glauben und plötzlich jeder nur noch das denkt, was er will, herrscht irgendwann allerorts Verwirrung und die Wahrheit wird vergessen. Aha. Langsam verstehe ich. Das stimmt mich froh, mein Sohn. Ja. Ist das Vorgehen denn wirklich notwendig? Lass sie doch einfach frei und weiter predigen. Was soll das denn? Monsignore, Johanka ist nur ein einfaches Galitzer Dorfmädchen. Ist dieses Vorgehen denn unbedingt notwendig? Ist es. Die Inquisition hat einen unmissverständlichen Auftrag. Wie nichtig der Fall auch zu sein scheint. Er hat eine große Tragweite. Große Tragweite? Warum? Nichts für ungut, aber derlei Dinge lassen sich ungebildeten Menschen nur schwerlich erklären. Da ist es wieder. Doch, es freut mich, dass es dich interessiert. Leider habe ich dafür im Moment keine Zeit. Falls du mehr wissen willst, wende dich an meinen Gehilfen. Schließlich gehört es auch zu unseren Aufgaben unserer Herde, den Weg zu erhellen. Weißt du, du bist zu dumm und ich habe keine, ich nehme mir keine Zeit, dir das zu erklären. Weißt du, da war wieder dieses, wir sind ja was Besseres. Wie ich sowas hasse. Aber wie fürchterlich. Also wenn ich im Mittelalter gelebt hätte, ich wäre da mit meiner Einstellung, wäre ich da kaputt gegangen. Ich wäre da mit Sicherheit irgendwie als Ketzer oder so schon dreimal verbrannt worden wahrscheinlich. Wow, naja, man wäre aber erzogen worden in irgendeine Richtung. Da wäre es dann ja normal, dass man da vorsichtig ist oder so. Kann ich mich für Johanka duellieren? Monsignore, ich glaube, die Angelegenheit mit Johanka könnte auch auf andere Weise bereinigt werden. Ui, ui, ui. Ach wirklich? Das wird nichts. So kläre mich auf. Ich sollte besser schweigen. Was hält er denn davon? Ich suche nach dem Ring des Bacchus. Fieder soll ihn haben, aber er hat ihn versteckt. So Gott will, gewinne ich und Johanka ist frei von Schuld. Ein Duell gegen wen? Gegen mich? Oder gegen den Erzengel Gabriel? Das weiß ich nicht. Das kann ja Gott entscheiden. Einen Disput auf solch barbarische Weise beizulegen, wäre ein Rückschritt in heidnische Zeiten, den die Kirche niemals duldet. Es wäre ein Sakrileg, unsere Pflicht für Recht und Ordnung zu sorgen, auf den Herrgott abzuladen. Nein, Heinrich. Das kommt nicht in Frage. Und ich möchte kein Wort mehr davon hören. Na ja, jetzt haben wir einen schlechten Ruf. Jetzt können wir den Prozess beginnen, oder? Können wir noch was zum Besseren wenden? Ah, nee, nee, nee. Ich bin bereit, Monsignore. Ausgezeichnet. Meine Untersuchungen sind auch abgeschlossen. Dann kann der Prozess also beginnen? Ja, ich bin bereit. Ja. Gut. Ich veranlasse, dass alle Zeugen kommen und Johanka zum Verhandlungsort gebracht wird. Der Prozess beginnt dann gleich morgen früh. Ja, Herr. Noch etwas. Der Anstand gebietet es, sich dem Anlass entsprechend zu kleiden. Rüstungen oder andere unangebrachte Kleidungsstücke werde ich nicht dulden. Trage diese Robe. Sehr wohl. Hab Dank, Monsignore. Nun gut. Ruh dich aus. Wir sehen uns morgen früh. Mach's gut. Kleidervorschrift auch noch. Wo sind wir denn hier? Oha. Da ist ja nicht viel los. Da kann man ja gut alle abstechen und abhauen. Schnell. Und die haben bestimmt keine Waffen bei sich. Oh. Ja, sind wir da angeklagte? Was haben wir denn da an? Was wäre passiert, wenn wir die gemeuchelt hätten? Das frage ich mich. Lasst uns beginnen. Ich, Bischof Jaroslav von Beneschau, päpstlicher Inquisitor von Gottes Gnaden, kam hierher nach Sasao, um Berichten über Marienerscheinungen und Predigten der gemeinen Johanka nachzugehen. Ich kam zu dem Schluss, dass sie mit ihren Worten bar jeder Gelehrsamkeit rechtschaffene Menschen vom rechten Weg abgebracht und aufgestachelt hat. Des Weiteren versuchte Johanka, den Ruhm der allein der Heiligen Mutter Kirche gebührt, für sich zu beanspruchen, indem sie sich als Botin des allmächtigen Herrgotts ausgab. Dies ziemt sich nicht für einen Laien und schon gar nicht für eine Frau. Daher besteht für mich die Notwendigkeit, das Ausmaß und die Ursache ihrer Fehltritte, die womöglich als Ketzerei eingestuft werden müssen, in Erfahrung zu bringen. Heinrich aus Skalitz äußerte den Wunsch, Johanka zu verteidigen, und diesem Wunsch wurde stattgegeben. Jeder, der hier spricht, tut dies vor Gott, unserem Herrn, und ist an den Heiligsten aller Eide gebunden, die Wahrheit zu sagen. Zuerst werde ich Pater Fabian anhören, da er mir von dieser Angelegenheit berichtete und am besten über seine Gemeinde Bescheid weiß. Pater Fabian, kannst du uns sagen, was Johanka behauptet hat? Johanka behauptete, die heilige Jungfrau Maria wäre ihr erschienen und hätte des Nachts mit ihr gesprochen. Ich halte dies für eine ungeheuerliche Behauptung und Lüge. Wart dich, Johanka, ob diese angeblichen Marienerscheinungen denn jemals um Rat? Mitnichten. Stattdessen sah sie sich in der Pflicht, diese angeblichen Wahrheiten zu predigen. Und ging sie vor diesen Geschehnissen in die Kirche? Hast du sie je bei der Messe gesehen, Pater? Nein, Monsignore. Zudem gastiert der Gemeindepfarrer von Skarlitz derzeit in meinem Pfarrhaus. Und obwohl Johanka ihn gut kennt, suchte sie ihn nicht einmal auf. Ich vermute, dass Johanka ganz bewusst die Kirche meidet. Stattdessen scharrt sie ihre Anhänger heimlich in den Wäldern um sich und predigt. Entweder dachte sie sich das alles nur aus, oder der Teufel flüstert ihr zu. Ich, äh, ich, äh, die, die spricht wirklich? Mit Verlaub, Monsignore. Die heilige Jungfrau spricht wirklich zu Johanka. Ist das so? Und worauf fußt diese Behauptung? Der Teufel kann es nicht sein. Immerhin lebt und arbeitet Johanka im Kloster, nahe der Höhle des heiligen Prokop. Eben jenes Heiligen, der einst den Teufel bezwungen haben soll, nicht wahr? Ja, gewiss würde er es nicht wagen, in das Reich des Heiligen zurückzukehren, um Johanka etwas zuzuflüstern. Denke ich zumindest. Es ist wahr, dass Dämonen oder gar Lucifer selbst in der Nähe der sterblichen Überreste des heiligen Prokop nur wenig ausrichten könnten. Aber im Kloster zu leben bewahrt einen nicht zwingend davor, fehlgeleitet zu werden. Zumal sie eigentlich selbst als Eindringlinge erachtet werden müsste und nur auf Wunsch von Bruder Nicodemus hingeduldet wird. Ich bin mir dieser Unzulänglichkeit auf dem Grund und Boden des Klosters wohlbewusst. Stimme in diesem Punkt jedoch Heinrich zu. Lass uns fortfahren. Pater Fabian? Warum durfte der eigentlich zuerst sprechen? Warum sollte unsere heilige Jungfrau eine einfache Frau wie Johanka auserwählen? Monsignore, mit deiner Erlaubnis würde ich gerne auf die Werke des Gelehrten Matthias von Janow verweisen. Er hob Frauen wie Johanka hervor. Gott habe die Schwachen erschaffen, um die Starken ihrer eigenen Schwächen zu gemahnen. Daher würde Gott Frauen mit reinem Herzen Visionen offenbaren, auf dass sie den Starken ihre Unzulänglichkeiten aufzeigen mögen. Wie soll es Ketzerei sein, wenn selbst Gelehrte von Universitäten dies schreiben? Was du sagst, klingt, äh, durchaus schlüssig. Matthias von Janows Werke sprechen in der Tat für Johanka. Ich muss gestehen, es überrascht mich, dass jemandem wie dir Matthias von Janow ein Begriff ist. Wo hast du von ihm gehört? Johanka brachte mich dazu, eine Büßerwallfahrt zu unternehmen. Ich machte mich auf zur Uschitzer Marienkirche und der Pfarrer dort lieh mir eine Abschrift seiner Werke. Ich hätte wahrlich nicht erwartet, dass du seine Werke lesen und dann auch noch mit deinem Verstand aufnehmen kannst. In dir schlummern ungeahnte Fähigkeiten, Heinrich. Hab Dank, Monsignore. Fahren wir fort. Da war er wieder. Möchtest du noch jemanden sprechen lassen, Heinrich? Äh, Bruder Nicodemus? Ja, und zwar Bruder Nicodemus. Er weiß etwas zu sagen, schließlich ist er ein Gelehrter und in diesen Dingen mehr bewandert als ich. Gewiss doch. Ich möchte hören, was er zu sagen hat. Bitte. Nicodemus, vor einiger Zeit beklagtest du dich darüber, dass die Krankenstube unterbesetzt sei. Lediglich auf deine Bitte hin durfte Johanka entgegen allen Gebräuchen innerhalb der Klostermauern wirken. Ich sprach zwar bereits mit Abt Peter darüber, aber bitte sag auch du mir, wie sie sich betrug. Monsignore, ich, ich muss für sie einstehen. Sie ist ein Gewinn für uns. Sie ist selbstlos und hat ein großes Herz. Sie half mehr Menschen als jeder andere. Ich wüsste nicht, dass sie jemals etwas getan hätte, das ein guter Christenmensch nicht tut. Wir diskutierten nie über Glaubensfragen. Sie steckte all ihre Kraft in ihre Arbeit, die sie anstandslos erledigte. Und später, nachdem ihr angeblich die Jungfrau Maria erschienen war? Nun ja. Das passiert wahrlich nicht alle Tage. Was sie predigte, kann sie nicht von Mönchen haben und auch nicht aus Büchern, da sie nicht lesen kann. Deswegen glaube ich, dass es wirklich die Jungfrau war. Unsinn! Sie dachte sich das nur aus. Darf er nochmal reden? Du setzt dich ja stark für sie ein, Bruder. Wer weiß, vielleicht hat sie diesen Unfug ja von dir aufgeschnappt. Ich sagte bereits, dass sie das nicht von Mönchen hat und niemals würde ich vor dem Herrgott lügen. Die kruden Theorien des Gemeindepfarrers können nur auf einen Mangel an Gelehrsamkeit zurückzuführen sein. Und das aus dem Munde eines Mönchs, der sich fast nur in den Gärten herumtreibt? Pater Fabian, Nicodemus hat das Wort. Und du, Nicodemus, bleib bitte beim Thema. Gewiss, Monsignore. Aber der einfältige Gärtner muss den Pfarrer leider belehren. Denn augenscheinlich ist ihm entgangen, dass auch andere Frauen in der Geschichte solcherlei Erlebnisse hatten. Hildegard von Bingen zum Beispiel hatte ähnliche Visionen. Ebenso die heilige Birgitta, Elisabeth von Schönau und Katharina von Siena. Wie diese Frauen verkündete Johanka demütig die Botschaft der Jungfrau. In keiner Weise spielte sie sich als Heilsbringerin von Gottes Gnaden auf. Bitte, Bischof Jaroslav, straft Johanka nicht. Ich denke, ihre Visionen sind echt und ihre Worte aufrichtig. Hab Dank, Nicodemus. Dein Vortrag war kühn. Doch was du über diese gesegneten Frauen sagtest, ist wahr. Sei versichert, dass ich über deine Worte nachdenken werde. Erfolg, oder? Kriegen wir einen Erfolg? Pater Fabian, gab es in der Gegend bereits Fälle von Kätzerei? Oder zumindest den Verdacht? Nein, Monsignore. Ich weiß nur von einigen harmlosen Wanderpredigern und Scharlatanen zu berichten. Wobei mir unlängst zu Ohren kam, dass angeblich Mitglieder der Valdenser-Sekte in der Provinz gesehen wurden. Ja, ich hörte davon. Heinrich half dem Vicar dabei, sie aufzuspüren. Leider Gottes konnten sie jedoch fliehen. Hab Dank, Pater Fabian. Das genügt. Freut mich, dass ich helfen konnte, Monsignore. Mein Dank gilt auch dir, Bruder Nicodemus. Mehr muss ich nicht wissen. Und nun Haschek, Vogt von Sasau. Ach, der hat doch nichts zu sagen. Wir hätten doch Smalltalk machen sollen, oder? Die ganzen Sachen. Meister Vogt, gab es hier in letzter Zeit verdächtige Vorkommnisse? Nun, in den Wäldern und auf den Straßen treiben Kumani ihr Unwesen. Und in der Provinz wimmelt es von Halunken und Briganten. Aber ansonsten ist es in der Gegend ruhig, Monsignore. Dann bin ich ja beruhigt. Und was ist mit Johanka? Hat sie die Menschen hier aufgewiegelt? Viel weiß ich nicht zu berichten. Ich kenne sie kaum. Sie verstieß nicht gegen das Gesetz und die meisten Menschen mögen sie. Doch ich muss gestehen, ihre Predigten haben durchaus für Unruhe gesorgt. Hare fort. Ziemlich viele Menschen suchen sie auf, seit sie öffentlich das Wort ergriffen hat. Manch einer glaubt sogar, sie sei eine Heilige. Ich hörte, man bringt ihr Geschenke oder bittet sie um Rat und ihren Segen. Welch Sakrileg! Gaben darzubieten und sich segnen zu lassen. Das erinnert stark an einen Kult. Oh, ich weiß nicht, Monsignore. Mit Verlaub, Herr, aber das halte ich für übertrieben. Aber ja, sie trafen sich auch etwas abseits. Und es kam sogar zu Tumulten. Es ist jedoch nichts passiert, abgesehen von ein paar blauen Flecken. So etwas erlebt man beinahe täglich, Monsignore. Tja, mehr vermag ich nicht zu berichten, Monsignore. Hab Dank, Vogt. Was wäre alles? Heinrich, du hattest mit Johannka des Öfteren zu tun. Lassen sich die Menschen von ihr segnen? Das höre ich zum ersten Mal. Nun, man sucht sie auf, ja. Aber nie hat sie jemanden gesegnet. Sie versucht lediglich jedem wie ein guter Christenmensch zu helfen. Heinrich, du bist dir sicher bewusst, dass hier zu lügen eine Todsünde wäre? Jawohl. Und ich lüge nicht. Nun gut. Sonst noch etwas? Guter. Ja, Monsignore. Johannka half Guter, dem Weib des Schneiders. Bitte schenke ihr Gehör. Sie kann bezeugen, dass Johannka eine gute Christin ist. Also schön. Ich werde mein Versprechen halten. Guter wird sprechen. Guter, du warst bei Johannkas erster Predigt. Worüber sprach sie? Sie sagte, wir sollen ein redliches Leben führen. Und dann hast du sie aufgesucht, nicht wahr? Ja, Monsignore. Ich wollte, dass sie mir hilft. Und das tat sie. Ich hatte davor lange dafür gebetet, dass Gott meinem Ehemann hilft. Und ich glaube, er erhörte meine Gebete, indem er Johannka schickte. Hm. Und baten auch andere Johannka um Hilfe? Ja, Monsignore. Ganz recht. Brachten diese Menschen Johannka all die Geschenke, damit sie ihnen hilft? Das weiß ich nicht. Als sie mir half, erwartete sie nichts. Hast du ihr keine Geschenke gebracht? Doch, schon. Aber erst danach. Nur alten Stoff für Verbände und Bettdecken, um anderen zu helfen, wie sie mir half. Jeden Abend bete ich für Johannka und danke dem Herrgott, dass er sie uns schickte. Nun gut. Hab Dank. Du kannst gehen. Als nächstes werde ich Katra befragen. Das Wald des Waffenschmieds. Nein, die darf nichts sagen. Die kennt die gar nicht. Ich kenne die gar nicht. Ach, die hätten wir abstechen sollen. Katra, du bist eine angesehene Bürgerin und meintest, du weißt über die Dinge Bescheid, die sich in Sasau zutragen. Sagst du mir, was du über Johannka und ihre Taten weißt? Ich werde sagen, was ich weiß, Monsignore. Sie hat den Menschen einen Floh ins Ohr gesetzt und damit für Unruhe gesorgt. Mit welchem Recht erhebt diese Frau den Zeigefinger? Wir sind doch keine schlechten Menschen. Sie hingegen lebt in Sünde und frönt der Unzucht. Auf jeden Mann lässt sich diese unsittliche Frau ein. Und sie hatte sogar mit dem Kustos Herrn Sebastian Beischlaf. Sie ist eine Hexe. Das ist üble Nachrede. Vergib mir, Monsignore, aber Katra hat ihr etwas verschwiegen. Ich bin ganz Ohr, Heinrich. Sie hat mehrere Male Störenfriede auf Johannka angesetzt, um Unruhe zu stiften und ihr zu drohen. Katra wollte Johannka damit loswerden. Ziemen sich solche Intrigen etwa für eine gute Christin? Sie hat mir alles gestanden. Ist das wahr? Ich, ich wollte doch nur verhindern, dass sie hier noch mehr Schaden anrichtet. Monsignore, das beweist doch, dass Katra gegen Johannka einen Groll hegt. Gewiss. Da muss ich Heinrich zustimmen. Welche Gründe es auch für deinen Groll gegenüber Johannka geben mag. Ich kann nicht zulassen, dass deine Befangenheit den Prozess beeinflusst. Du hättest deine Bedenken lieber Pater Fabian mitteilen sollen, anstatt eigennächtig zu handeln. Genau. Aber sie sorgt doch nur für Ungemach. Darüber habe ich zu urteilen. Nicht du, Katra. Und dennoch. Auch ich hörte Gerüchte über Johannkas Sittenlosigkeit und muss ihnen nachgehen. Der Kustos von Sasau, Herr Sebastian von Berg, soll sprechen. Herr Sebastian, leider müssen Zweifel an deiner Rechtschaffenheit zur Sprache gebracht werden. Mir kam zu Ohren, du hättest das Bett mit Johannka geteilt. Ist das wahr? Monsignore, bei allem Respekt. Das muss ein Irrtum sein. Johannka ist kein schlechter Mensch und gewiss keine Ketzerin. Mag sein. Doch das war nicht meine Frage. Also, hattest du mit Johannka Beischlaf? Ah. Was? Ja, aber sie... Was? Ruhe! War doch klar. Johannka macht also nicht nur mit ihren Predigten gegen den Adel Stimmung, sondern verführt ihn auch zu Unsittlichkeit. Ach Gottchen. Sie will aber niemandem was Böses. Monsignore, ich kenne Johannka schon sehr lange. Sie ist eine rechtschaffende Christin. Sie suchte nur Trost. Es ging ihr also keineswegs um körperliche Freuden. Sie musste so viel durchmachen. Ihre ganze Familie wurde abgeschlachtet und nur der Kustos kehrte ihr nicht den Rücken zu. Jeder macht doch mal einen Fehler. Und für wahr, sie bereut den ihren. Monsignore, beenden wir das. Es ist entwürdigend für mich und für Johannka. Sie ist keine Ketzerin, sondern nur eine junge, ob ihres Schicksals aufgewühlte Frau. Mit der Zeit legt sich das. Sie braucht lediglich jemanden, der ihr ihr Fehlverhalten aufzeigt. Es gibt keinen Grund, Strenge walten zu lassen. Werte Herr Sebastian, eine Beurteilung von Johannkas Fehltritten obliegt mir allein. Du kannst gehen. Heinrich, du hast dich als getreuer Diener der Heiligen Mutter Kirche erwiesen, als du mir von den Missständen hier in der Gegend berichtet hast. Es ist sehr mutig von dir, Johannka hier zu verteidigen. Du hast viel über sie erzählt. Und nun würde mich interessieren, warum du ihr eigentlich hilfst. Weil wir befreundet sind. Weil die Heilige Jungfrau durch sie spricht. Weil sie die Botschaft der Jungfrau verkündet. Es ist meine Pflicht. Als gottesfürchtiger Christ darf ich Johannka nicht den Rücken zukehren. Du bist immer noch davon überzeugt? Wir werden sehen, was Johannka selbst dazu zu sagen hat. Das wäre alles, Heinrich. Monsignore, darf ich noch eine Sache sagen? Ich möchte etwas aus einer Predigt wiedergeben, die ich einst in Skalitz hörte. Und zwar, dass wir gegen die Sünde kämpfen, aber die Sünder lieben sollen. Daher bitte ich dich, Monsignore, lass milde walten. Für wahr, Heinrich. Ein weises Schlusswort. Nun gilt es nur noch, Johannka selbst zu befragen. Johannka aus Skalitz, du hast die Vorwürfe, die gegen dich erhoben werden, gehört. Und auch die Zeugenaussagen. Und du wurdest bereits von mir befragt. Johannka, widerrufst du deine zuvor gegebenen Antworten? Oder bekräftigst du sie hiermit? Ich stehe zu dem, was ich sagte. So sei es. Ich verbot dir ausdrücklich, weiterhin zu predigen. Und du gabst mir dein Versprechen. Und doch hast du danach wieder gepredigt. Warum? Vergib mir, Monsignore. Ich hatte keine Wahl. Es war meine Pflicht, da die heilige Jungfrau mich darum bat. Sie erschien mir wirklich. Aber ich habe mich wohl in mancherlei Hinsicht geirrt. Ich bin keine Gelehrte und hätte daher nicht voreilig zu den Leuten sprechen sollen. Ich bereue es nun, dass ich nicht vorher Pater Fabian um Rat gebeten habe. Ich möchte mich hiermit entschuldigen, falls ich etwas falsch verstanden, unwahr gesprochen oder Schande über die Kirche gebracht habe. Es war nicht im Geringsten meine Absicht. Ich bitte die heilige Jungfrau um Vergebung und werde jegliches Strafmaß akzeptieren. Es freut mich, dass du deinen Irrtum einsiehst und hiermit deine Schuld gestehst. Wir kommen zum Ende. Ihr könnt gehen. Oh gut, wir sind frei. Ich werde nun das Urteil verkünden. Oh. Was versteckt er unter seiner Mütze? Vielleicht ein Huhn? Johanka, bist du dir der schwerwiegenden Anschuldigungen bewusst? Ja, Monsignore. Bin ich. Du wirst beschuldigt, ohne jegliche Bildung gepredigt und die Menschen aus dem Schoße der Kirche gelockt zu haben. Wenn du nicht widerrufst, drohen dir harte Konsequenzen. Stolz und Unwissenheit führen auf Irrwege. Mein Kind, es würde mich zutiefst betrüben, ein derart strenges Urteil fällen zu müssen. So sprich doch. Widerrufst du deine sündigen Worte. Schwörst du nie wieder, zu den Menschen zu predigen. Und bist du willens, Buße zu tun. Und bist du willens, Buße zu tun. Ich werde das einzelne Wort und möchte wieder Teil der Gemeinschaft guter Christen sein. Ich werde tun, was du verlangst, um für meine Sünden zu büßen. Hört, wir haben Johannkas Geist aus dem dunklen Labyrinth des Bösen auf den richtigen Pfad geführt. Zurück ins göttliche Licht unseres Herrn, Jesus Christus. Aber noch ist das Böse nicht gänzlich aus ihrem Leib gefahren und muss im Namen des Allmächtigen zwingend gebannt werden. Ergreift sie. Was? Wir alle müssen auf Luzifers infame Pläne Acht geben und mit aller Kraft vermeiden, in seine finsteren Fänge zu geraten. Nur die heilige Mutter Kirche vermag die Gläubigen vor des Teufels tückisch im Griff zu beschützen. Nur die heilige Mutter Kirche sorgt sich um ihr Seelenheil, auf das sie eingehen in das Reich Gottes. Achso, ich dachte, die machen jetzt was anderes mit ihr. Oh, die Gnade, der Herr ist mit dir. Oh, du bist kippt unter den Frauen. Oh, Geist. Oh, ist die Frucht deines Leibes. Oh, Jesus. Heilige Maria. Mutter Gottes. Hört, Luzifer wurde besiegt. Johannka steht nun nicht mehr unter seinem dunklen Bann und wird fortan im Kloster leben, wo man sie zurück auf den rechtschaffenen Pfad unseres Herrn Jesus Christus führen wird. Preiset den Herrn. Ach, waren die bescheuert, oder? Matthias wurde schon bald wieder gesund. Doch als er Johannka aufsuchen wollte, war da nur ein leeres Zimmer. Ob schon sie nicht als Ketzerin verurteilt wurde, musste sie mit dem Inquisitor fortgehen, um fortan im Kloster für ihre Sünden Buße zu tun. Matthias blieben nur bittersüße Erinnerungen. Der Herrgott allein weiß, ob wir Johannka jemals wiedersehen werden. Ja, abgeschlossen. Gefällt mir nicht. Aber sie lebt. Johannka lebt, ist aber nicht mehr da, was ich voll schade finde. Wie hätten wir das anders machen sollen, oder? Aber die waren echt bekloppt. Unfassbar. Was ist das jetzt unser? Ich schätze dich, Heinrich. Jetzt machen wir Johannkas Truhe auf und finden da drin lauter Teufelssymbole und so. Ich frage mich immer noch, was der Inquisitor unter seinem Hut hatte. Da! So eine Ente wahrscheinlich. Ja, und jetzt? Matthias ist wieder wohlauf. Wo ist er denn jetzt? Oh, Adela, wieso hast du denn nicht gesprochen? Du warst gar nicht dran, oder? Grüß dich, Heinrich. Hallo, Adela. Wir könnten ja doch nochmal... Ach, hier sind so viele. Och, ist doch egal. Die schlafen doch alle. Stein mit Semek, du jetzt auch hier? Hast mich gerettet. Hast mir wahrhaftig den Arsch gerettet. Bei Gott, ich danke dir. Das war doch nichts. Hast mehr geholfen als die anderen hier. Mir tut's bloß leid, dass ich kein Silber hab, um's dir zu vergelten. Aber ich verrate dir was. Wie solche wie ich Tag ein, Tag aus so hart schuften können. Hier sind gar nicht mehr so viele, oder? Du kannst nicht schlafen. Und du bist verwundet. Thomas, da können wir auch nicht sprechen mit. Da ist noch ein Verwunderter, keine Ahnung. Und, wie geht's euch? Heinrich, im Namen der Krankenstube danke ich dir für deine großzügige Spende. Du und Pavel, ihr habt an uns gedacht. Brauchst du etwas? Na ja, was hast denn du? Was denkst du über den Prozess? Nun ist Johanka fort. Ja, leider. Sie fehlt mir. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr schlimme Zeiten bevorstehen. Die Klostermauern werden sie gewiss vor Mühsal und Elend bewahren. Und als Heilkundige ist sie dort auch gut aufgehoben. Du hast ihr sehr geholfen. Dass die Sache glimpflich ausging, verdankt sie vor allem dir. Bei den schweren Anschuldigungen, die gegen sie erhoben wurden, hätte der Prozess ganz anders ausgehen können. Das hätte ich ja auch gerne gesehen, aber nee, dann doch eher nicht. Ich finde, nein. Waren ihre Visionen denn real? Glaubst du immer noch, dass ihr wirklich die Jungfrau erschienen ist? Niemand weiß das. Und auch nicht, ob es der Teufel war, wie der Inquisitor sagte. Ich glaube ihm nicht. Ich denke, es war die heilige Jungfrau. Doch Gewissheit werden wir nie erlangen. Johanka wird im Kloster jedenfalls viel Zeit haben, darüber nachzudenken. Hätten wir das denn besser beenden können? Wisst ihr, dass gar nichts passiert? Hätte man die überzeugen können, dass die sagen, ja, tatsächlich, das muss die heilige Maria-Jungfrau gewesen sein? Und damit wird sie heilig gesprochen und ist ja schon gut. Das ist manchmal... Ist das hier gruselig. Die Geschichte fand ich... Die Geschichte fand ich... Gut. Naja, das waren die Geschichten eben. Da hätten sie sonst was wahrscheinlich nehmen können und... Nein, ich fand das... Ich fand das gut. Also, ja, okay. Was sollte man machen bei der Menge? Lässt sich was am Preis machen? Nun, versuchen wir es. Bei der Menge an Auswahlmöglichkeiten. Also, man kann den DLC ja immer und immer wieder durchlaufen, um wirklich alle Lösungswege herauszufinden. Ich hätte zum Beispiel sehr gerne gewusst, was wäre passiert, wenn wir die Frau abgemurkst hätten. Aber das brauchten wir gar nicht. Wir haben sie ja denunziert. Und das war ja dann quasi für sie... Also, hey, was für einen Ruf haben wir bei dir jetzt eigentlich? Das müsste doch jetzt mittlerweile auch schon auf die 100... Über 95 könnte das ruhig sein, ne? 98! Ja, hallo. Du brauchst mehr Geld, brauchst du, mein Freund. Aber was macht der mit dem ganzen Geld? Der spendet das hier an die Bedürftigen. Ha. Der gibt uns die besten Preise bis jetzt. Hätte ich nicht gedacht. Der Spucker. Dann reden wir mit dem Kustos noch. Ja, wie hätte das anders ausgehen können? Ich wäre schon neugierig. Haben sie das gemacht, wenn man jetzt wirklich alles verpatzt und wirklich ganz blöd dasteht, dass dann der Scheiterhaufen winkt? Na, ich weiß nicht. Oder was wäre, wenn wir den Pfarrer getötet hätten hier? Oder was wäre denn gewesen, wenn wir Johanka von Anfang an nicht unterstützt hätten und dir von Anfang an gesagt hätten, du Spenst, hör auf damit. Dann hätte sie das vielleicht gar nicht gemacht, dann wäre es vielleicht gar nicht so weit gekommen, oder? Kann das sein? Soda, was schlüsselst du hier so rum? Ja, ich guck. Er pisse dich, oder ich trete dir in den Arsch! Jetzt dürfen wir mit dem Kustos gar nicht mehr sprechen, aber dürfen wir doch eigentlich. Wir haben doch, der ist doch immer noch ein Questgeber. Tja, jetzt wollen sie nichts mehr mit uns zu tun haben. Naja, er war verliebt in Johanka und wir haben dafür gesorgt, dass sie jetzt abgetransportiert wurde. Was ja auch nicht schön ist. Ich wäre mit ihr geflohen auch, aber was ist das für ein Leben? Ein Leben auf der Flucht? Das ist ja auch nicht so schön. Ach, hier kriegen wir die Einbeere. Äh, Augentrost meine ich, ja. Also dramaturgisch, finde ich, war das die beste Geschichte jetzt. Überhaupt. Mit allem von... Also auch die Hauptquiz fand ich nicht so gut wie das jetzt. Das hat ja ein bisschen Tiefe. Äh, was ich schwierig finde, ist, ja, diese Masse an Entscheidungen natürlich, machen das Ganze irgendwo lebendig. Aber, ja, wenn man jetzt wirklich das Beste rausholen möchte und das beste Ergebnis erzielen möchte, vielleicht hätten wir das sogar schaffen können, dass sie predigen darf, irgendwie. Aber wie? Hey, Moment mal. Wer hat, wer hat sie eigentlich verraten? Wer hat uns eigentlich verraten? Na, das ist doch ganz klar, die Frau vom Schmied. Ja, die kommt doch gar nicht, die kann doch nicht mal lesen und schreiben. Die kommt doch nicht an Dings da ran, oder? An so einen. Oder etwa doch. Die weiß doch gar nicht, wen sie da anschreiben soll. Ne, die wollen alle nicht mit uns sprechen. Was machen wir denn jetzt als nächstes? Da gibt's einen Schmied in der Nähe. Der hat noch eine, einen DLC-Starter. Aber wir, wir reden jetzt erstmal mit den Leuten. Ja, ich habe mir John Dark gestern angeguckt. Heißt das so? Oh mein Gott. Johanna von Orleans. Orleans. Ja, das war so im, äh, ja, das war auch so die Zeit. Ich glaube, 30 Jahre später als hier, da war, da war aber am Anfang keine Spur von, äh, von dem, was wir jetzt hier erlebt haben mit Johanka. Später dann schon, aber ich will den Schluss nicht verraten, falls ihr den Film noch nicht kennt, mit, äh, wie heißt sie, ähm, ich glaube, die hat bei Resident Evil auch mitgespielt, Hauptdarstellerin, und bei Monster Hunter, ich komme nicht auf den Namen, Miller irgendwie Milowitsch. Ja, ich glaube, die ist das, ja, ja, langer Film und krasse Geschichte und, ja, man kennt die Schauspielerin, ja, man weiß ja, wie die am Rad drehen kann. Pavel, wo ist Pavel? Ach, der sitzt hier? Ist das Pavel? Nee, das ist doch nicht, nee, dann ist er aber jünger geworden. Zeitmaschine, der ist schon abgereist wahrscheinlich. Das sind nur Bürger. 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 So, dann sprechen wir aber im Dorf auch nochmal mit allen, die was damit zu tun haben. Oh, wir haben jetzt gar nicht mit Adele gesprochen, oder? Ja, die kam gar nicht zu Wort. Ähm, ja, wer weiß, ob das viel Positives gebracht hätte. Heinrich hat mich bekämpft. Ja, eigentlich, am Ende wären wir noch heilig gesprochen worden, oder? Denn wir sind ja rumgerannt und haben alles getan für die Leute. Heinrich hat mich überzeugt, hat mich gerettet, hat mich hierher gebracht. Oh, da haben wir mit ihr gesprochen. Wir konnten gar nicht mit ihr sprechen, ja, aber vielleicht nur, weil sie da hockte. Ach ja, ich würde das jetzt machen, dass ich hier noch von Stadt zu Stadt laufe und dann die Zubadiernen alle hier rüberhole. Wo ist sie denn? Deswegen haben wir nicht mit ihr gesprochen, wir haben sie gar nicht gesehen mehr. Hier drinnen ist sie nicht. Hier draußen auch nicht. Ist sie abgehauen? Aber vielleicht schläft sie. Ist eine Kleinigkeit. Oder sie ist mit Johanka mit. Oh, jetzt haben sie gar keinen mehr, der da hilft. Nur die ist einfach nicht da. Ich denke, die wird wirklich irgendwo in der Stadt sein oder so. Vielleicht was einkaufen, im Garten pflanzen, pflücken oder irgendwas. Oder ist sie wieder zurück nach Ledetschko? Das glaube ich eher nicht. Die war ja nicht so ganz so glücklich da. Ja, ganz schön hartes Thema. Ich muss sagen, wenn ich mir das so überlege, ich kriege da immer eine Gänsehaut. Auch wenn ich das irgendwie in Büchern lese oder Filmen sehe oder so. Wenn es da um so etwas geht, wird mir immer ganz anders zumute. Ja, weil das ist schon eine schlimme Sache, was da passiert ist. Die hätte schon auf dem Scheiterhaufen landen können. Viel hätte da nicht mehr gefehlt. Und ich meine, das Auspeitschen mit so einem Stock, das ist ja auch nicht toll. Aber das darf die Kirche foltern. Die Leute, das ist in Ordnung. Vor Gott. Ich glaube, nein. Ich glaube, so funktioniert das nicht. Die legen sich nämlich alles aus. Oh, ich darf mich jetzt nicht reinreden da in irgendwas. Da komme ich nie wieder raus sonst. Ja, arrogant einfach. Und hier im Mittelalter eben noch arroganter, noch schlimmer, finde ich. So, mal gucken, was sie jetzt zu sagen hat als erste Anlaufstelle hier. Na, willst du dich entschuldigen? Ist dir das peinlich? Gott sei mit dir. Ach. Benötigst du etwas? Naja, lass uns handeln. Lass uns handeln. Was hast du denn? Messer scharf hast du. Können wir noch gar nicht lesen. Wie teuer? 460. Ja, nicht schlecht. Und von uns würde sie nur kaufen, die Waffen. Ja, dann. Irgendwas müssen wir jetzt von ihr kaufen. Sonst sind wir hier reingegangen und haben nichts davon. Wir haben sogar einen guten Ruf bei ihr, trotz allem. Hat sie denn keine Pfeile oder sowas für uns? Das andere Zeug, das brauchen wir doch alles nicht. Nö, sie hat nur Waffen. Und die günstigste Waffe wäre tatsächlich hier der Dolch. Dann unterstützen wir die Hexe hier auch noch. Ich wollte schreien, das ist eine Hexe, verbrennt sie. Aber ich kam ja nicht zu Wort. So richtig manchmal. Ich habe es mir schon so ein paar... Lass uns über den Preis sprechen. Hm, ist gut. Ich habe mir ab und zu schon so ein paar Sachen überlegt. Und dachte so, ja, das würde ich jetzt sagen. Das würde ich sagen jetzt. Aber ich kam nicht... Das war alles so lang. Und dann waren wir wieder... Hier, und etwas für die Mühe. Danke, tausend Dank. Und nachher waren wir wieder bei einem ganz anderen Thema. Da sind mir auch dann zu dem ganz anderen Thema auch wieder ganz andere Sachen eingefallen. So, wen haben wir noch? Wir haben noch die Frau vom Schneider, den Vogt, den Pfarrer. Adelbar, hieß die Adelbar, die Zubadirne. Können wir denn jetzt nicht ein anderes Wort dafür finden als Zubadirne? Vielleicht irgendwas Netteres? Die Helferin, die Schwester. Ist sie die Schwester von da? Macht die irgendwas Schwesterhaftes? Ich weiß ja nicht. Warum lehnt da so einer so verdächtig? Ist es der, der hier sonst lehnt? Und den haben sie jetzt umgestellt? Ja, nee. Das ist der mit seiner Katzen... Mit seiner Katzenpfote. Also, ich hätte nichts dagegen, wenn sie hier weiter gepredigt hätte. Ich würde es gut finden. Hier in der Gegend wächst viel Augentrost um Sasau herum. Das kann man sich auch mal im Hinterkopf behalten. Ach, was ist das denn jetzt? Sie lassen mich nicht sterben. Geht mir zu trinken. Was denn hier passiert? Dem Verurteilten zu trinken geben. Ja, klar. Hier. Danke. Tausend Dank. Du hast wahrlich ein gutes Herz. Ich weiß. Warum sieht das nur keiner? Das habe ich dem Polizisten auch gesagt, als er die Axt aus dem Kopf von dem Typen gezogen hat, die ich ihm da reingesteckt hatte. Nein, natürlich nicht. Oh mein Gott. Vielleicht. Hallo. Heinrich. Schön, dass du da bist. Ich freue mich auch. Das hast du aber gut gesagt. Da in der Kirche. Gütiger Gott. Was ist mit deinen Kleidern? Wenn du überfallen wurdest, solltest du es melden. Ja, da gibt es keine, da gibt es nichts mehr zu machen. Ich will Gott mit dir sein. Heinrich ist einfach der Heinrich. Der sieht auch aus wie der Heinrich hier. Schneiderset? Brauchen wir sowas? Oh, was ist ja tatsächlich? Was haben wir denn? Haben wir, durften wir das nicht mal behalten? Das graue Zeug, was der uns da gegeben hat? Jetzt echt. Doch, die graue Tunika ist das, oder? Braune Beinlinge, Arbeiterstiefel. Sowas haben, da haben sie uns reingepackt. Das Büßergewand, das gefällt mir irgendwo jetzt schon, muss ich sagen. Das finde ich fast noch besser als die modische grüne Beinlinge, die wir sonst immer getragen haben. Ja, egal. Wir gucken mal, was, 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 was. Verkaufen können wir ja scheinbar nichts, außer die Arbeiterstiefel oder so. Das möchte ich nicht als Andenken behalten natürlich. Nun, wie lange denken wir denn noch? Wird es denn noch weitergehen? Nun, wir haben noch einiges zu tun. Wir werden zusehen, dass wir gleich noch zu einem Schmied kommen und dann, äh, Pribislawitz, sollten wir auch mal gucken. Wir haben zwar von Herrn Divisch jetzt, äh, das bekommen, dass wir, also, gesagt bekommen, dass wir da bleiben können, aber... So sicher bin ich nicht, ob wir da immer noch die Einkünfte kriegen. Oh, was kaufen wir denn von ihr? Was hat sie denn das günstigste? Ah, ein Wappenrock. Wäre das günstigste. Jo, brauchen wir eigentlich nicht, aber... Talmberger-Wappenrock... ...und langer Talmberger-Wappenrock. Sarsauer? Och ja, wir sind in Sarsau. Können wir ja ein Andenken mitnehmen. Wir, was wir wirklich mal kaufen wollten, wir wollten uns ja so ein Robin Hood Outfit zusammenstellen. Wobei ich immer noch verschiedene Sachen nicht weiß. War das die richtige Zeit für Robin Hood? Weil dieser gelbe Spitzhut erinnert mich ein bisschen an Robin Hood. Und das andere, ist Robin Hood überhaupt real gewesen? Gab es den wirklich? Joa, ich denke, wir kaufen mal hier den Wappenrock. Und wir handeln, wir geben noch ein Trinkgeld. Reden wir über den Preis. Hm, ist gut. Hier, und etwas für die Mühe. Nun denn, recht herzlichen Dank. Ja, voll schade, dass wir Johanka nie wiedersehen. Ja, aber sonst hätten wir ihr Grab besuchen können. Das wäre auch nicht besser gewesen. Was ist hier los? Wer war das? Ein Tag ist viel zu wenig! Was hat denn der gemacht? Und du passt den ganzen Tag da auf. Die hätten sie aber auch mal da irgendwo einen Tisch, haben sie. Aber die hätten sie auch mal einen Stuhl dahin stellen können, oder? Das ist ja, für wen ist das denn jetzt schlimmer? Für dich, da oben zu stehen und aufzupassen? Was hat denn der gemacht? Steht das hier irgendwo? Kann man das nachlesen? Die können doch alle nicht lesen. Ah, Bürgermeister. Wer bist du? Das sag ich dir nicht. Wo ist denn der Bürgermeister? Ach, der rennt hier bestimmt irgendwo rum. Dann gehen wir zum Pfarrer, da wirst... Da wissen wir, wo der ist. Wahrscheinlich ist er hier. Oh, alles zu. Skarle-Zapfhörer? Ach so, ja, natürlich. Können wir gar nicht mit ihm reden. Ob es das wirklich gibt, das Bild in irgendeiner Kirche? Das ist ja grauenvoll. Da bekommt man ja Albträume im Mittelalter bestimmt. Das sind die sieben Todsünden. oder... Oder... Eitelkeit? Vielleicht... Trunk... Tatsächlich links unten. Eindeutig das erste, woran ich gedacht habe, da oben... Stresssucht, Völlerei. Links oben. Mord, rechts oben vielleicht. Ich weiß nicht, was da drunter ist in der Mitte hier, rechts. Und links in der Mitte weiß ich auch nicht, was das für eine Todsünde sein könnte. Ja klar, der Teufel ist ein Mann. Und die Bösen, die Sündigen, das sind alles Frauen. Nee, gar nicht wahr. Oben der... Das ist keine Frau. Gibt's das Bild wohl wirklich? Oh, das ist doch schöner hier. Die sieben... Gibt's Todsinn? Gibt's auch sieben... Das Gegenteil davon? Sieben Sachen, die man machen darf? Ah. Gebe Amen, dein letztes Hemd. Wenn jemand klingelt, dann gib ihm irgendwas. Bete vor einer Burg. Rechts unten. Und da ist ja nochmal so einer mit so einem Beutel da oben. Hier kann ich mir jetzt nicht wirklich einen Reim drauf bilden. Links oben, das könnte das Abendmahl sein, oder? Aber auch mit einer Frau. Äh, ja. Und daneben, weiß ich nicht, Hilfe krank, helft Kranken und Alten vielleicht. Und rechts oben, was ist das noch? Keine Ahnung, sei kein Narr. Ich weiß es nicht. Nix für mich. Ja, haben wir uns, glaube ich, alle schon angeguckt. Das hier wundert mich, dass sowas in der Kirche ist. So ein grauenvolles Bild hier. Aber die Füße auch. Und der Hintern von dem. Wer hat denn... Das geht doch gar nicht. Arschgesicht, oder? Ja. Ja. Was machen wir jetzt? Also, ich werde den Vogt jetzt nicht groß suchen. Wenn er uns zufällig über den Weg läuft, okay. Wir können ja mal an der Sasau gucken, ob er da zufällig ist. Ja, wir waschen uns wenigstens mal. Die Leute nicht mal ausrasten, wenn sie uns sehen. Ja, ihr merkt schon, wir lassen das so, wie das jetzt ist. Natürlich den Ausgang. Das wäre mir alles viel zu lang, das jetzt alles nochmal durchzugehen für ein Let's Play. Vielleicht, wenn ich das ohne Let's Play machen würde, dann würde ich wahrscheinlich noch das Beste ausprobieren. Und dann würde ich mir mit Sicherheit auch den Scheiterhaufen-Ausgang mal angucken, ob sie da wirklich verbrannt werden würde. Aber das war ja schon fies genug. So, an der Sasau steht er auch nicht, oder? Da ist einer. Ah, das ist aber eine Wache. Die steht immer da. So, dann ziehen wir also weiter jetzt. Ja, ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie das bei euch ausgegangen ist. Wie ihr das so seht und... ...ob es überhaupt eine andere Möglichkeit gibt, die noch besser wäre. Ich frage mich, wo Matthias jetzt ist. Der war so schnell weg. Ich frage mich, wer Matthias überhaupt ist. Das ist so lange her, dass wir den Titel hier angefangen haben. So, wollen wir hier nochmal spielen, irgendwie? Oh, ich hab keine Lust, oder? Keine Lust zu spielen, was? Gibt's doch nicht. Wir können gar nicht. Wir können hier reden mit dem Bürger, aber... Schön, dich zu sehen. Ja, wollen wir nochmal. Heute ist mein Glückstag. Deiner auch? Würfeln? Würfeln? Geben wir ihm eine Chance. Wie viel haben wir? Zwei, vier Würfel. Fünf, fünf, sechs. So, mal gucken, wie damit die Würfel fallen. Ich bin schon gespannt, wie du wirfst. Ich hätte gern was zu essen. Die Bedienung ist heute ein bisschen tranig. Hier. Die Bedienung ist heute ein bisschen tranig. Schöne bunte Würfel, Herr. Bring mir was zu beißen. So, das reicht. Vier. Vier. Mal sehen. Zufrieden? Ich glaub's nicht. War wohl nichts. Auf die Frauen. Gott segne sie. Oh, das ist doch gut. Eine Mahlzeit zu meinem Bier, bitte. Ah. Aber jetzt wird's was. Kein Glück heute. Also was geht denn das hier durch, der Teufelskopf bei uns? Als Sechs vielleicht? Also an deiner Stelle würde ich das Glück nicht herausfordern. Ach, ein Eins ist doch immer dabei, irgendwie. Nehmen wir die beiden und dann reicht's dann auch. Oh, die 50 hätten wir noch nehmen können. Egal. Bin fertig. Na? Bier. What? Hier drüben, ein Bier bitte. Das darf doch jetzt nicht wahr sein, oder? Das war aber wirklich mal ein guter Wurf hier. Ja, und dann machen wir noch mal. Das passiert nicht noch einmal, oder? Das frage ich mich auch gerade. So, das reicht. Verdammt! Ja, aber hau's hoch, Mann. So, zu nem Schmied. Wo geht's denn da hin? Dahin. Neue DLC-Quest. Dann haben wir Theresa auch noch. Ja, und irgendwo mittendrin, das wird schon gar nicht mehr angezeigt, finde ich auch okay, weil irgendwo mittendrin ist das ja noch mit der Bande im Bunde, oder im Bunde mit der Bande. Ah, das ist ja für uns nichts. Das schafft unser Heinrich nicht. Den. Den Söldner da zu besiegen, die wollen uns einfach nicht. So viel vorweg. Also da glaube ich nicht, dass es da nochmal irgendwie ne Folge gibt, oder so, in der wir da irgendwie was machen. Ähm, wäre wahrscheinlich jetzt auch sehr interessant, wenn die hier rumlaufen würden und die Straßen etwas sicherer machen würden, aber... Naja, was nicht ist, das ist nicht, also wenn's nicht geht. Also ich werd jetzt dafür nicht, da müssten wir, genau wie mit dem Rattaya-Turnier, da müssten wir jetzt den Spielstil nochmal ändern. Da können wir nochmal 20 Folgen, oder was, das wird ja die ganze Sache nur künstlich in die Länge ziehen. Da können wir nochmal 28 Folgen, keine Ahnung, da können wir wahrscheinlich nochmal 50 Folgen machen. Und dann, äh, auf Schwertkampf und Rüstung und sowas killen. Und das, dann verzichten wir eben leider drauf. Das sag ich jetzt, also, da müsste schon viel passieren, wenn ich mich da doch noch anders entscheiden sollte. Naja, vielleicht irgendwann mal als Bonus. Ich glaube nicht dran, nein. Das Büßergewand, ja, ich weiß nicht, bevor wir es verlieren, sollten wir das vielleicht wirklich mal hier lassen, denn... Die Sache ist ja abgespielt, sag ich mal. Ja, weg damit. Hm, Ziehwürfel und so. Ach, den können wir mal ins Pferd stecken, aber nicht von hier aus. Na gut. So viele Dietriche, wo haben wir die denn alle her? Elf, wenn wir elf Dietriche bei haben, finde ich, ist das schon eine Menge. Ich erinnere mich dran, dass wir mit dem Schmied da geredet haben und da ist nichts passiert, oder? Da war irgendwie, ging es da nicht weiter. Ja, wenn es nicht geht, dann reden wir mit Theresa, wobei, ich glaube, wir hatten zwischendurch schon mal in irgendeiner Folge, hatten wir schon mal mit ihr geredet, hatten wir nicht mal ganz kurz den DLC quasi mit Theresa schon angestupst, so ein bisschen. Und das hat mir auch nicht so ganz gefallen, also es ist selten, dass ich irgendeinen Titel, dass ich in irgendeinem Titel so weit das mache, wie hier jetzt in Kingdom Come Deliverance. Und, dass ich dann doch die DLCs nicht mache, aber tatsächlich, das eine finde ich jetzt für unseren Spielstil nicht geeignet, den mit der Bande im Bunde. Und das mit Theresa finde ich jetzt einfach, so wie das angefangen ist zumindest, kann ja noch was anderes rausgehen. Ich meine, die geht so Theresa, das kann ja nicht so einen Namen haben. Was haben wir denn sonst noch eigentlich offen? Ach, wir haben noch genug zu tun, ist noch nichts vorbei hier. Maskerade haben wir auch noch, Matthäus und Fritz haben einen Plan ausgeheckt. Gewöhnlich bedeutet das, ach ja, jede Menge Spaß und jede Menge Ärger. Gut, mit der Bande im Bunde, das können wir knicken, aber Liebeswerben kann das Ganze ja nicht heißen, wenn es sich da nur um den Hund dreht. Und Theresa aus Karlitz, die Nichte von Peschek, die Müller, ist eine gute Freundin von mir. Ich kenne sie von Kindesbeinen an und wir haben schon viel gemeinsam erlebt. Besuche Theresa. Ja, wo ist denn dann, da müsste doch eigentlich... Das wundert mich jetzt, Moment. Mit Theresa, da müsste doch eigentlich was anderes sein. Warum haben wir den Epilog denn immer noch offen? Das haben wir doch gemacht. Da müsste eigentlich noch was sein mit dem Schmied. Was ist denn mit dem Schmied? Warum hat der denn einen DLC? Ja, da gehen wir jetzt gucken. Warum? Keine Ahnung, vielleicht ist es nur eine Aktivität. Sind wir auf dem richtigen Weg? Absolut. Perfekt. An der Sarsau vorbei. Einfach geradeaus weiter Richtung Präbislawitz. Und dann sind wir schon da. Wir brauchen mehr Bier für unterwegs. Sollten wir immer ein Bier dabei haben. Ich finde das irgendwie lustig, wie das gemacht ist. Ja, und wir verbessern auch unsere Trinkfestigkeit. Nun, schade, dass wir hier im Saarsauer Kloster, dass wir hier keine Kiste haben, keine Truhe. Wir können ja nicht an jedem Speicherplatz natürlich eine Truhe von uns haben. Ich wollte nur mal gucken, ob wir den vielleicht draußen mal erwischen hier, den Kustos. Aber nein, wir dürfen auch nicht mehr rein, so wie früher. Kustos ist für uns nicht mehr. Aber manchmal rennt er im Garten rum, hätte ja jetzt sein können. Und ja, außerdem dachte ich, hier wäre auch noch ein Ausgang an der Seite. Und dass wir dann einfach da durchgehen könnten. Oh. Ja, das wird mir noch einige Zeit gedanken. Also ich werde da noch einige Zeit drüber nachdenken, über die Sache mit Johanka. Naja, ich habe ihren Namen ja schon fast vergessen. Aber trotzdem werde ich da doch nochmal nachdenken. Vielleicht auch mal gucken, ob man das anders hätte lösen können. Aber was ist, das ist jetzt. Hm, da haben wir doch Bier. Hier ein Bier. Unbekannter Trank. Och. Unser Heinrich ist doch abenteuerlustig. Habe ich gehört. Auf jeden Fall können wir nochmal ein Bier trinken. Das ist doch schon mal schön. Und einen unbekannten Trank. Ein unbekannter Trank. Gott allein weiß, wozu er dient oder was er anzurichten vermag. Sattheit 1. Gesundheit. Ah, steht nichts dabei. Na ja, warten wir mit dem Trank erstmal, ja. Bis wir ein Stück weiter sind. Und damit sich das auch lohnt, wenn wir vergessen zu speichern. Ich sage das jetzt noch als Scherz. Was war denn eigentlich? Fällt mir gerade noch was ein. Was war denn mit Pater Goodwin? Ja, wir werden noch nach Uschize kommen. Wie ist unser Ruf jetzt in Uschize? 26, ja. Auf jeden Fall wird es besser. Keine Zeit. Das ist schon... Die Schatten werden schon länger, wie Sarah Sarah jetzt gesagt hätte. Los, 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 los. Am besten am Fluss entlang. Haben wir den Wein auch noch getrunken? Oh, das dauert eine Weile, bis der wirkt. Oh, das haben wir aber auch noch nicht gesehen hier. So ein Tümpel, so ein kleiner. Matschig. Ja, super. Sehr schön. Natürliche Barriere, wir kommen nicht durch hier. Hey, echt jetzt? Ja, das soll uns nur wieder ablenken. Es wird doch spät. Aber das lenkt ja auch ab. Und der Specht, habt ihr gehört? Noch nicht. Auf jeden Fall. tienes drin. Und die Beine ist schön. Ich glaube, den haben wir getroffen. Ne, hört sich immer so an. Ein bisschen was können wir ja mitnehmen von hier. Viel werden wir nicht tragen können davon. Drei. Immerhin. Und den Hasen auch noch. Der hat Glück. Das ist der Glückshase wieder. Jo. Ach, dann nehmen wir doch mit, was wir können hier. Wo sind die Wildschweine auch noch? Oh, jetzt scheppert der Wein so langsam rein. Da beim Hasen gibt es immer ein Video. Ich wollte die Pfeile, wollte ich eigentlich haben hier. Ah, der geht auch noch. Na, komm schon. Der Specht, der Specht. Wo ist der Hase? Hase, wo bist du? Nicht da, runtergekullert. Hier ist wieder so ein auffälliges, so ein auffälliger Ast hier. Irgendwie so ein angeknabberter. Heißt das nicht wieder, dass hier irgendwas ist? Aber um das Hasenfleisch haben wir uns jetzt gebracht, ha? Ja, und hier sind auch wieder diese Äste auf dem Boden, die uns ganz klar irgendwo hinführen. Bleib da! Also das ist mal eine krasse Stelle zum Jagen hier. Ah, da sind ja beide Hasen sogar. Boah, ich dachte wir kriegen noch so einen Jagdpunkt drauf. Können wir da überhaupt irgendwas noch machen? Ja klar, zwei Stufen haben wir da noch. Nein, nicht fallen lassen. Ins Pferd, in die Satteltasche reinstopfen. Ach, das Pferd kann aber viel tragen. Ja. Das reicht erstmal. Da ist ja noch einer. War schon knapp. Ja, wir sind zu betrunken. Auch noch. Tja, aber was macht denn hier? Ist doch auch irgendein Tier hat doch hier gerade so ein Geräusch gemacht wie ein... Ja, da war es doch wieder. Was war denn das? Hier ist nichts Besonderes. Manchmal zeigen die Äste wahrscheinlich dann einfach nur zu einer schönen Gegend oder so. Wo waren die Äste denn jetzt? Ach, hier. Ja, hier sind die Äste, die ich meine. Da ist ein Pfeil daneben. Den haben wir mit. Das ist doch schon irgendwo auffällig. Das ist doch schon irgendwo auffällig. Also ich hätte mir den Spaß auf jeden Fall gemacht, dass ich da so einen Weg irgendwie gekennzeichnet hätte damit. Ja, aber wie man sieht, zeigen die, führen einfach nur nach unten. Das machen wir ein andermal, okay? Sonst kommen wir nie mehr an. Es wird hier schon dunkel. Und schlimmstenfalls müssen wir dann nachher wieder einen Trank des Nachtfalken nehmen. Die sind so teuer in der Herstellung, weil doch die Pilze, an die Höhlenpilze kommen wir nicht so gut ran. Überall finden wir diese Hinweise. Also ich glaube schon, dass die einen Weg markieren. Och, musste das jetzt sein? Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass da mit einem Weg markiert wird, ja. Naja, hat uns da zum Rehgebiet. Wurde uns das angezeigt, dass da jetzt so ein Rehgebiet ist? Ja, Gebiet, Hirsche. War das Hirschfleisch, was wir da hatten? Nö, das ist aber auch nicht unbedingt die Stelle. Ja, doch, das ist die Stelle. Also wir müssen gleich vorne rechts an eine Kreuzung. Oh, wenn das überhaupt eine Kreuzung ist, eine Weggabelung. Interessanter Ort mit Höhle. Also zu erkunden hat man hier auf jeden Fall genug. Sammeln und erkunden, wunderbar. Der Wandersimulator, ach so, nach rechts sollten wir. Ist das hier die Mühle? Nee, das war, der war in so einem richtigen Dorf, da vorne. Ja, Sommerpesch, oder wie heißt das? Sammopesch. Ja, da sehen wir doch schon unser Ziel. In Sammopesch weiß ich gar nicht, ob wir da überhaupt ein Bett haben. Ich weiß gar nicht, ob die eine Schenke haben, aber ich finde, jedes Dorf sollte eine Schenke haben. Wenigstens eine. Was benötigst du? Du hast hier so ein Symbol mit so einem DLC dahinter angeblich. Stimmt irgendwas nicht? Ach, warum wühlt dich das Turnier denn auf? Warum wühlt dich das Turnier auf? Es weckt traurige Erinnerungen an meinen Sohn Svato Pluk. Gott hab ihn selig. Er hat Schwertkämpfe geliebt. Als er noch klein war, hat er gegen seine Freunde mit Stöcken gekämpft. Später hat er jahrelang jeden Groschen gespart, um sich eine richtige Waffe zu kaufen. Es dauerte nicht lange, bis er alle möglichen Angriffe und Finden beherrschte. Als er dann von Herrn Hanusch Turnieren für das gemeine Volk erfuhr, war er sogleich zur Stelle. Ist das Turnier denn gefährlich? Verstehe. Kam er auf dem Kampfplatz zu Schaden? Bei Gott nein. Dank Herrn Hanusch Regeln tragen die Teilnehmer höchstens ein paar blaue Flecken davon. Streng sorgt er dafür, dass sie jeder befolgt. Hat dein Sohn denn jemals gewonnen? Hat dein Sohn je das Turnier gewonnen? Oh ja, mehr als einmal. Svato Pluk war zwar nicht der Stärkste, aber flink wie ein Wiesel. Und er hat mit Leib und Seele gekämpft. Was ist ihm dann zugestoßen? Was ist denn mit ihm geschehen? Tja, ein Kerl namens Schwarzer Peter nahm teil. Man nennt ihn so wegen der Farbe seiner Rüstung. Niemand konnte ihm je das Wasser reichen. Aber Svato Pluk war fest entschlossen, ihn zu schlagen. Und hat jede freie Minute für das Turnier geübt. Er ließ sich sogar vom ruppigen Hauptmann Bernhard schinden. Und beim letzten Turnier konnte er den Schwarzen Peter dann tatsächlich bezwingen. Aber er kam an jenem Tag nicht heim. Erst dachte ich, dass er bestimmt nur in Ratai seinen Sieg begießt. Aber als er auch am Morgen nicht heimkehrte, machte ich mir Sorgen. Gerade als ich mich aufmachte, nach ihm zu suchen, kamen Händler. Sie hatten ihn bei der Straße gleich nach Ratai gefunden. Er war noch am Leben, aber fieberte und zitterte am ganzen Leibe. Ich rief sofort einen Heilkundigen herbei. Doch letzten Endes brauchte er nur noch den Pfarrer. Das ist ja grauenvoll. Hat der Schwarze Peter deinen Sohn getötet? Denkst du, dieser Schwarze Peter hat ihn getötet? Das kam mir unverzüglich in den Sinn, ja. Beweisen kann ich nicht. Es hätte vermutlich jeder sein können. Und was weißt du denn noch über diesen Schwarzen Peter? Weißt du etwas über diesen Schwarzen Peter? Nicht viel. Ich hörte mich um, aber niemand wusste mehr zu sagen, als dass er ein hochnäsiger Bastard ist. Er kam immer nur für das Turnier und verschwand dann mit dem Preisgeld. Wurde dein Sohn auch oft verletzt? Hatte Svartopluk Verletzungen? Nur ein paar Schramm und blaue Flecken vom Turnier. Aber nichts wirklich Ernstes. Nicht einmal der Knochensäger wusste, was ihm widerfahren war. Oh, Gift. Ja gut, ich werde versuchen herauszufinden, was ihm zugestoßen ist. Ich versuche herauszufinden, was deinem Sohn passiert ist. Ich kann nichts versprechen, aber falls ich etwas erfahre, lasse ich es dich wissen. Hab Dank. Ich schwöre beim Allmächtigen, dass ich es dir vergelten werde. Tote reden nicht. Versuche herauszufinden, wie es Svartopluk, der Sohn des Schmieds, zu Tode kam. Auf bald. Verkauft er. Oh, Spiel gespeichert. Okay, danke. Was verkauft er denn Schönes für uns? Oh, ich sehe schon, er hat Pfeile. Er hat ja Spitzpfeile. Aber nur die gewöhnlichen. Die wollen wir nicht. Die kaufen wir nicht mehr. Rüstungen. Reisehufeisen und Zugtierhufeisen haben wir sogar. Ja, da steht auch immer das Gleiche, meine ich. Ist ja auch nicht tragisch. Oh, Messerschaft 2 hat er. Ja, das sollten wir uns vielleicht dann doch mal kaufen. Ach, und die Holzkohle hier. Wie ist unser Ruf hier? 73. Das ist doch gar nicht so schlecht. Ja, warum? Wir können auch das Fleisch vielleicht verkaufen. Nee, der will keine Nahrung haben von uns. Oder? Ja, doch. Denn 73 ist ja gar nicht mehr so schlecht. Ein Ruf von 73. Ja, dann bekommen wir sogar noch eine Kleinigkeit von ihm. Und geben wie immer... Ja, und geben wie immer ein kleines Trinkgeld, so. Hier. Und etwas für die Mühe. Nun denn, recht herzlichen Dank. Ja, dann gucken wir uns doch mal in Samopächer ist das hier. Ja, dann gucken wir uns mal um. Die haben ja wahrscheinlich... Ihr sitzt im Dunkeln? Fackeln erhellen eure Stube. Die haben ja wahrscheinlich auch noch andere Händler hier. Ja, mal gucken. Wir haben doch noch einiges an Fleisch. Ab ins Inventar damit. Wow, war das nicht ein bisschen viel? Wer weiß, wie viel der jetzt hat, der Händler. Oh, da ist er ruhig. Gott sei mit dir. Ja, mit dir auch. Was gibst du? Was hast du? Mach's gut. Och, der verkauft ja auch alles möglich, ja. Ah, der hat die hochwertigen... Okay, aber keine hochwertigen oder verbesserte Spitzpfeile. Hochwertige Pfeile. Aber 125 richten sich Schaden an. Joa, der normale Spitzpfeile richtet ja schon 130 Schaden an. Ja, den Honig kaufen wir mal. Knoblauch. Wofür auch immer wir Knoblauch brauchen. Ah, und er verkauft den Retterschnaps. Den Retterschnaps verkauft er. Mhm. Ach ja, wie ist denn das überhaupt mit Bier? Ja, Wein. Oh, sonstiges, Starter, einiges. Schuster-Set und so weiter. Augentrost. Holzkohle. Aber sonst, ja, vielleicht ein paar Verbände. Ich glaube, wir haben vergessen, unsere Verbandsvorräte aufzufüllen. Oh, der hat nicht so viele Kronkorken im Inventar. Ja. Das ist bedauerlich. Ach, das Hirschfleisch ist ja auch richtig... Der gibt uns ja auch richtig viel dafür. Ach, Quatsch. Da können wir ja noch lange... So. Ja, ziehen wir mal nicht das letzte Hemd aus, ja? Reden wir über den Preis. Nun, versuchen wir's. Ah, ich geb doch immer ein Trinkgeld. Wo ist denn hier ne Schenke? Hier. Und eine Kleinigkeit für die Mühe obendrauf. Nun denn, recht herzlichen Dank. Wenn ich jetzt wüsste, dass hier keiner weiter mehr ist, der Handel betreibt in dem Dorf, dann würd ich jetzt zurückgehen zum Schmied und da die restlichen Sachen noch verkaufen. Ach, eine Schenke hier? Cool. Hier zocken sie auf jeden Fall. Hallo. Marianna. Allmächtiger. Deine Kleider. Wurdest du ausgeraubt? Nein, aus dem Wald. Gott, verdammte Banditen. Aus dem Wald komme ich. Dann viel Glück. Oh, das ist gut. Oh, Moment. Wenn wir ihr das ganze Bier abkaufen, dann hat sie ja gar kein Bier mehr. Ja, wahrscheinlich würden wir jetzt einen besseren Preis erzielen, wenn wir das Ganze noch kochen, sehe ich gerade. Aber, boah, ist doch egal. Wir hatten mal Glück mit der Jagd. Ach, die hat auch schon wieder nicht so viel. Was gibt die uns denn? Noch nicht so einen guten Preis. Kein Mähd. Eine Retterschnipse verkauft sie. Aber teuer. Ah, Mähd. Ach, Milch verdirbt doch nur. Wir füttern unseren Heinrich ja gerne mit Haferbrei. Ach, ist alles drum. Also Milch für morgens vielleicht, aber sonst. So. Lässt sich was am Preis machen? Nun, versuchen wir's. Hier, wir... Und eine Kleinigkeit für die Mühe obendrauf. Ja. Danke. Tausend Dank. Wir bekommen hier also kein Zimmer bei ihr, wie es aussieht. Moment, die haben alle Namen hier. Wie stehen hier die Dinge? Wie stehen die Dinge? Gern geschehen. Können wir Handel betreiben? Alles Gute. Nee, die haben kein Zimmer für uns. Ja, der hat ja gar keine Kronenkorken. Kann sein, dass da oben noch ein Händler ist. Ach, wir gucken mal auf die Karte jetzt. Ich gucke ja nicht gerne auf die Karte, aber... Jetzt doch. Hier oben ist kein Händler mehr. Okay. Ja, dann müssen wir gucken, wo wir nächtigen können. Dann geht's nochmal nämlich zum Schmied und wir verkaufen die Sachen hier nochmal. Damit wir uns wieder bewegen können ein wenig und dann geht die Detektiv... Die Detektivarbeit hoffentlich auch los und wir werden mal gucken, wie das mit seinem Sohn passiert ist. Ist er denn überhaupt noch da? Ja. Gibt er uns noch mehr dafür? Oh, tatsächlich. Ja, dann hat er so viel ja auch nicht. Ja. Was können wir denn noch kaufen von ihm? Ja, dann muss unser Pferd halt doch noch eine Weile das Fleisch herumtragen mit sich. Na, der kann aber heute Abend schlemmen. Reden wir über den Preis. Nun, versuchen wir's. Hier. Und etwas für die Mühe. Nun denn, recht herzlichen Dank. Irgendwo müssen wir doch hier auch schlafen können. Bei den Hühnern. Wir gehen hier nochmal spielen. Mit Fischer. Ja genau, mit Tomisch, dem Fischer. Allmächtiger, ist dir etwas zugestoßen? Hat dir jemand deine feinen Kleider geraubt? Ja. Wollen wir würfeln? Willst du eine Runde würfeln? So, muss sich ja schon ein bisschen für ihn lohnen. Hier. Gott sei Dank. Und wir spielen mal halbwegs fair. Versuchen wir das mal. Bin schon gespannt, wie du wirfst. Ich auch. Oh, das ist ja nicht so toll. Und weil wir betrunken sind, zittern unsere Hände auch. Echt jetzt. Du schreckst vor nichts zurück, was? Oh, das wollte ich gar nicht. Das sind so Details, die zeigen doch, wie viel Liebe da drin steckt. Oh, seine Hände zittern aber auch. Ja, wir gucken zittrig. Das ist das. Man kann es nicht erzwingen. Was ist denn nun? Warum, äh, was können wir denn hiervon nehmen? Ich sehe hier überhaupt nichts, was wir nehmen können. Ach so, die fünf. Okay. Okay, das reicht. Hm. Mal sehen. Oh, du schreckst auch vor nichts zurück, was? Du bist. Oh, das reicht. Da, zufrieden? Das war's. Aber jetzt wird's was. Ein Bier für mich. Natürlich. Bin schon auf dem Weg. Das war's für mich. Wieder nur ne Fünf. Oh. Oh. Also an deiner Stelle würde ich das Glück nicht herausfordern. Auf gute Gesundheit. Du schreckst vor nichts zurück, was? Das ist schnell wieder vergessen. Das war's. Ein Bier, bitte. Hm. Hm. Oh, nein. Oh, nein. Kein Glück gehabt, ha? Was hab ich da gerade? Wir hätten ein, zwei, drei, vier, fünf. Wir hätten eine Straße gehabt gerade. Denk mal nach, Mann. Du wirst alles verlieren. Also an deiner Stelle würde ich das Glück nicht herausfordern. Ach, wir machen das schon. Wir kennen auch unsere Würfel. Denk mal nach, Mann. Du wirst alles verlieren. Nein. Also an deiner Stelle würde ich das Glück nicht herausfordern. Oh, nein. Aber jetzt wird's was. Hier, wohlbekomm's. Hm. Hm. So ist es schon. So ein Pech. Allerdings. Kannst du das überhaupt spielen? Kein Bier für mich. Ist ja nicht schlecht. Oh, schade. Mal sehen. Ich nehm' ein Bier. Aber jetzt wird's was. Hm. Ja, bitte sehr. Auf gute Gesundheit. Das sind wieder nur 700 hier, oder? Na dann. Hier. Ach, komm schon. Lass mich wieder würfeln. Ja, das sieht doch gut aus. Da ist es schon. Denk mal nach, Mann. Du wirst alles verlieren. Nein. Autsch. Muss wehgetan haben. Allerdings. Hm. Hm. Ich hätt's lassen sollen. Denk mal nach, Mann. Du wirst alles verlieren. Hier. Wohlbegrüßt. Nein. Ach, komm schon. Lass mich wieder würfeln. Also an deiner Stelle würde ich das Weg nicht herausfordern. Wir gewinnen. Du schreckst vor nichts zurück, was? Denk mal nach, Mann. Du wirst alles verlieren. Du schreckst vor nichts zurück, was? Welchen Sinn ergibt das jetzt überhaupt noch für uns? Sakura. Das kenn ich nur zu gut. Ist dir auch schon passiert? Hm. Erinnere mich daran, nie mehr mit dir zu würfeln. Das war's. Aber jetzt wird's was. Oh, nein. Das ist ja alles nächstes Jahr. Na los. Das Glück ist den mutigen Hol... Das war's für mich. Gibt's hier auch Sperrstunde? Ich hab gar keine Wachen hier rumrennen sehen. Du schreckst vor nichts zurück, was? Ach, komm schon. Lass mich wieder würfeln. Okay. Mal sehen. Was ist mit den Würfeln los? Was ist mit den Würfeln los? Oh. Die Vierer hier. 400. 450. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 500 gibt das? Das ist ja auch nicht so viel. Naja, vielleicht würfeln wir noch eine 1 und dann können wir nochmal. Also an deiner Stelle würde ich das Geld nicht herausfordern. Also an deiner Stelle würde ich das Geld nicht herausfordern. Sperrstunde. Jetzt Sperrstunde ist. Denk mal nach, Mann. Du wirst alles verlieren. Ja, das reicht. Ist doch egal. Hätte sowieso nicht wirklich was gebracht. Hm. Samo Pesch. Der würfelt auf jeden Fall nicht mit gezinkten Würfeln. Soll ich? Oder nicht? Hat auch keine Katzenfoto in der Tasche für Glück. Nein, besser nicht. Denk mal nach, Mann. Du wirst alles verlieren. Du schreckst vor nichts, Sperrstunde. Los, na eins. 1, 1, 1, 1, 1, 1. 5. Denk mal nach, Mann. Du wirst alles verlieren. Denk mal nach, Mann. Du wirst alles verlieren. Ach, komm schon. Lass mich wieder würfeln. Denk mal nach, Mann. Du wirst alles verlieren. Oh, schade. Na, 200 wird er ja jetzt wohl kriegen, oder? Endlich ein bisschen Glück. Na, wollen wir nochmal? Na, der hört auf. Wir brauchen ein Licht. Jetzt müsste man nur wissen, wo man hier im Dorf schlafen kann. Bei den Hühnern. Na, warum haben die Hühner da Äpfel drin? Das sind vielleicht Apfelhühner. Wir müssen die Aufgabe auswählen. Tote reden nicht, ist schon ausgewählt. Ja, dann. Svato Pluk, der Sohn des Samo Pescher Schmieds, starb vor einigen Jahren unter mysteriösen Umständen, nachdem er das Rattaya-Turnier gewonnen hatte. Ich hörte mir die ganze Geschichte an, die tragische, und beschloss zu versuchen, mehr über Svato Pluks Tod herauszufinden. Die besten Erfolgsaussichten dürfte ich haben, wenn ich selbst am Rattaya-Turnier teilnehme. Der Hauptverdächtige ist einer der Teilnehmer namens Peter, der wegen der Farbe seiner Rüstung schwarzer Peter genannt wird. Doch so, dann haben wir hier überhaupt nichts verloren in dem Dorf. Weiter. Aber das mit dem Turnier ist auch wieder so eine Sache, die wir nicht machen können. Wenn sie ein Bogenschieß-Turnier noch mit dabei hätten, alternativ. Den schwarzen Peter werden wir also nur kennenlernen, wenn wir... Es wird uns nicht mal angezeigt auf der Karte. Schwarzer Peter wird nur angezeigt, wenn wir... ...den schaffen. Wollen wir das echt versuchen? Ach, ein paar Punkte kriegen wir vielleicht. So, Kampf auf Kampf. Wo konnten wir denn sonst noch trainieren? Irgendwie... Ich glaube, selbst in Priebislavitz konnten wir trainieren. Dann haben wir doch auch den Bogenschießstand. Aber ich meine, wir haben da auch so einen Ring, in dem wir da vielleicht... ...ja, mit dem Knüppel irgendwie ein bisschen trainieren können. Aber das, das gefällt mir nicht. Das ist mit der Maus einfach zu... Für mich ist das nichts. Punkt. Ja, aber das Turnier... Egal, wir rennen nach Rattei, wir gucken, vielleicht nehmen wir einmal teil und dann... ...und gucken wir, wie es ausgeht, ob wir vielleicht den... ...ob wir den vielleicht irgendwie anders treffen noch können. Toll, jetzt haben wir vergiftetes Hirschfleisch hier drin und das Konservierungsmittel weg. Also, fünf Hirschfleische werden dann auch konserviert damit. Ab in die Satteltische damit. Und wir trinken jetzt ein Bier... ...und laufen nach Rattei. Absolut falsche Richtung. Nicht richtig, die Richtung. Nach Osten müssen wir da lang. Auch nicht ganz. So läuft das hier mit den Sternen. Schön gemacht. Oh, was ist es nun? Kampf! Auf der Straße liegen Leichen und du hörst in der Ferne klingen. Was machen wir? Schlacht beobachten? Dafür bring ich dich um. Das wird eine Freude! Ich schlachte dich ab! Und du? Du bist der Wächter. Dann wache doch mal da unten. Was haben wir denn da? Unterhalten! Vorzüge! Ruf verbessert. Sehr schön. Ich bin da drüben. Ich bin hier drin. ...mah, ja. Ich bin ja nicht da... ...mah, nein. Ich bin nicht da... Ich bin... ...mah, ja. blutige axt ja das ist unser eigenes blut stecher das kann man ja alles noch verkaufen kumanen haben wir auch mitgemischt ein komando wenigstens den habt ihr es aber gezeigt wie viele wachen waren das waren doch gar nicht viele wachen wie viele waren das denn jetzt da ich habe mich schon bedient keine sorge geht schon unser pferd muss her die wertvollen sachen wieder rein auch so wertvoll sind die sachen alle nicht ach das pferd kann schon nichts mehr tragen ja pferd da müssen wir mal ein bisschen in die muckibude gehen das gibt es auch nicht das pferd immer so schnell überladen ist naja es trägt noch das ganze fleisch ja dann schmeißen wir die billigsten sachen eben ab jetzt das ist ja ein lustiger hut komanische mütze die möchte ich gerne behalten komanische so vielleicht können wir in ratei sind ja viele händler da können wir sofort was verkaufen die haben auch die billigen jagdpfeile uns jetzt wieder ins haben wir jetzt wieder im inventar verbesserte jagdpfeile aber auch hatte auch einer dabei die nicht vergifteten sind die die wir da geplündert haben jetzt verbesserter spitzpfeil einen einzigen haben sie da nur na egal dann finde ich da darf es noch mal weitergehen richtung ratei ja prima und wir haben uns um einen trank des macht folgen haben uns eben jetzt eingesperrt hier wollte ich gar nicht hin ich wollte genau auf die andere seite unteres ach und ich habe oberes ausgewählt ja das ist das gegenteil dann sind wir nämlich gleich schon am ende der folge in der nächsten folge werden wir gucken was wir da machen und ja natürlich wenn wir die sachen erst mal verkaufen ich denke die händler hier dürften genug roschen haben damit wir auch viele sachen loswerden das lange schlafen müssen wir jetzt nicht bis 9 glaube ich das sollte reichen kurz nach 9 da bin ich aber mal gespannt ob wir da überhaupt was reißen können mit unserem na wir wollen ja nicht kämpfen spielstil in der nächsten folge ja und damit bedanke ich mich für euer zusehen für eure kommentare und für eure likes daumen hoch für euch macht es gut und bis zum nächsten mal tschüss ein ja ja Untertitelung des ZDF, 2020